Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Handspiels in der Krefelder Grundeburg. 1.400 und sieben Besucher sahen den 7.0-Erfolg unseres KFC am heutigen Mittwochabend gegen Westfalia Riemann. Bei mir die Trainer der beiden Landschaften, die heute in der Grundeburg aufeinander getroffen sind, zu meiner linken Gäste Trainer Thorsten Gadel und zu meiner rechten der neue KFC-Trainer Stefan Krämer. Herr Gadel, ich darf Sie dann zunächst probieren und kommen Sie zum heutigen Spiel mit. Ja, 7.0 ist natürlich sehr bitter, von daher bin ich, glaube ich, erst mal recht schnell fertig, vielleicht mit meinem Kommentar. Ich möchte erst mal mit dem KFC-Hürding und dem Trainer Krämer zu seinem gelungenen Debüt, zu seinem gelungenen Einstand erst mal gratulieren. Aus meiner Sicht natürlich eine sehr bittere Niederlage in dieser Höhe. Also ich denke, wir haben nicht damit gerechnet, dass wir nach Hürding fahren und jetzt hier Bäume ausreißen und an unserer Siegessäel wir da irgendwie festhalten können. Wir wussten, dass das ein schweres Spiel wird. Allerdings, dass wir dann nach einer Viertelstunde schon das erste Tor kriegen zur Halbzeit 4-0, das ist natürlich sehr deutlich. Wobei man wirklich auch sagen muss, in der ersten Halbzeit waren auch noch zwei, drei deutliche Situationen dabei, wo es sogar noch hätte schlimmer kommen können. Ich bin der Meinung, dass wir das in der ersten Halbzeit nicht gut gemacht haben, dass wir nicht gut angelaufen sind, dass wir teilweise uns da nicht so gut angestellt haben, wir waren deutlich langsamer als der Gegner, wir haben kein gutes Zweikampfverhalten. Das haben wir alles jetzt in der letzten Woche oder in den letzten Wochen schon mal besser gemacht. Und dann kann das zur Halbzeit schon mit dem 4-0-Bitter aussehen. In der zweiten Halbzeit habe ich zweimal gewechselt, defensiver gewechselt, wir haben tiefer gestanden und aus meiner Sicht das Ganze auch ein bisschen kletterer gemacht. Haben weniger Möglichkeiten als in der ersten Halbzeit zugelassen, und wir haben trotzdem drei sehr schöne Tore bekommen. Und ja, insgesamt natürlich ein hochverdienter Sieg und auch in der Höhe verdient. Und für uns ein bitterer Tag. Ja gut, das einzig Positive, was man sagen kann, dass es tatsächlich nur ein Spiel war. Wir können heute Abend traurig sein und uns morgen ausruhen und müssen uns dann am Freitag auf Samstag vorbereiten. In diesen englischen Wochen, die wir jetzt gerade vor der Brust haben, ist es ja so, dass man nicht lange, ja, man kann nicht lange feiern, man kann nicht lange fröhlich sein, man kann nicht lange traurig sein. Und das ist das Positive, was ich jetzt hier nur noch mitnehmen kann. Danke. Vielen Dank, Herr Gade, dann nahe ich jetzt den neuen KFC-Trainer Stefan Krämer und seinen Kommentar zurück. Ich denke, Sie können nur noch mit dem Jubit. Erstmal schönen guten Abend, alle zusammen. Ja, ich bin natürlich zufrieden, jetzt keine Frage. Uns hat das frühe Tor, glaube ich, sehr geholfen. Wir hatten die klare Idee von der ersten Minute an, ja, auch mit einem gewissen Risiko, voller Kanne vorne anzulaufen. Das hatten wir in zwei Trainings-Heinheiten auf dem Platz schon ganz gut gemacht. Also ich muss sagen, dafür, dass die Mannschaft, wir hatten zwei Einheiten auf dem Platz und zwei Einheiten in der Halle. Und dafür haben es die Jungs wirklich top gemacht. Wie gesagt, das frühe Tor hat uns in die Karten gespielt. Dann geht bei dem einen oder anderen Spieler natürlich auch die Handbremse auf und dann macht es Spaß, da kommt das Publikum dazu. Dann machst du das zweite Tor und dann gehen viele Sachen, die relativ leicht von der Hand, die vielleicht vorher in einem Spiel, wo man genauso viel wollte und wo man genauso eine gute Idee hatte, wo es dann vielleicht ein bisschen zäher reingekommen ist, dann verspringen die Bälle, dann klappen Dinge nicht. Und genauso gut, wenn du gut ins Spiel kommst, dann entwickelt sich halt eine Dynamik, die jetzt auf unserer Seite war. Was mir extrem gut gefangen hat, dass wir im Gegenpassing, das ist ja so ein bisschen meine, ja das, worauf ich mich am meisten Wert lege, ich glaube, wer im Fußball die Umschaltsituation kontrolliert, der hat eine gute Chance zu gewinnen. Und wir hatten natürlich ein paar Ballverluste gegen eine tief verteidigende und dann auch teilweise sehr gut verteidigende Mannschaft, auch wenn sich das jetzt so anhört, aber es war nicht so einfach, wie es sich an der Jungs hat sich das hart erarbeitet. Mir hat es echt gut gefallen, wie wir nach Ballverlust reagiert haben, weil das für mich die entscheidende Situation im Fußball ist. Die ersten fünf bis acht Sekunden, nachdem der Ball weggeht, die entscheiden, ob du erfolgreich bist im Spiel oder nicht. Das haben die Jungs sehr klasse gemacht. Und das Zweite, was mir extrem gut gefallen hat, dass wir über 90 Minuten nicht eine Torschachsgegner gegeben haben, obwohl wir extremst weit vom Tor wegverteidigt haben. Das sah schon wirklich gut aus. Vielen Dank für die Glückwünsche. Ich wünsche euch für die nächsten Spiele alles Gute, dass ihr die Punkte heute hier noch braucht. Und wir müssen jetzt schnell und schlau regenerieren und dann am Sonntag eine ähnliche Leistung auf den Platz bringen, wie heute. Vielen Dank, Stefan Krämer. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Scheint alles beantwortet zu sein hier. Dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken von gestern aus Wiener und natürlich auch von uns hier vom KFC. Alles Gute, wirklich freuen, wenn Sie sich alle so sehr freuen, wie ich auf Sonntag und dass Sie dann alle hier sind. 15 Uhr zu Gast, Viktoria Köln. Und ja, wir hoffen, mit den nächsten drei lang zu können. Bis dahin, schönen Abend noch. Tschüss, sagt Ihr KFC.